Thomas Dachinger ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Leben Dachinger wuchs in Hersching am Ammersee auf. Nach bestandenem Abitur und anschließendem Zivildienst ging er nach München. Am Pathostransporttheater, wo er mehrere Hauptrollen spielte, begann seine Laufbahn als Schauspieler. 1990 verließ er die Kompanie, arbeitete im In- und Ausland als Gast an mehreren Theatern und gründete 1993 eine eigene Theatergruppe. Hier machte er sich auch als Autor und Regisseur einen Namen. 1989 wurde er für den Film entdeckt. Gleich seine zweite Rolle brachte ihm zusammen mit den anderen Hauptdarstellern den Adolf-Grimm-Preis ein. Seitdem hat er in über 130 Filmen gespielt. Davon über 50 Mal als Mörder in Formaten wie Tatort, Polizeiruf 110, der Ermittler, Soko, Rosenheim, Kops, UE. Er wirkt regelmäßig in internationalen Filmen mit. So Uar, in dem englisch-kanadischen Kinofilm Joy Division und dem französischen Kinofilm Die Kinder von Paris. Dachinger spricht auch regelmäßig synchron Hauptrollen und ist mit Lesungen unterwegs. Filmografie 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 Untertitelung des ZDF, 2020